Der KFC Oerdingen ist ein Plastikklub. Das denkt man im ersten Moment, wenn man sich diesen Verein ansieht. Immer wieder gab's Investoren, die Geld reinsteckten. Mit dem Bayer-Konzern gab's die größten Erfolge. 1985 gewann Oerdingen sensationell den DFB-Pokal. Das ist bis heute die wichtigste Trophäe im Schrank. Später gab's die Trennung bzw. Scheidung. Da brach das Chaos im Verein aus. Der KFC stürzte bis in die sechste Liga ab. Sonnenkündige kamen und gingen, es gibt da echt kuriose Geschichten. Grund genug für ne neue Folge Tradition oder Commerz. Ist der Bayer-Konzern wirklich schuld am Absturz? Achtung, Spoiler, nee, ist er nicht. Lasst uns mal drauf blicken. Los geht's. Starten wir mal mit der Historie. Der FC Oerdingen 05 wurde am 17. November 1905 gegründet. Ein paar Jungs trafen sich in der Krefelder Kneipe. Sie hatten Bock auf Fußball. Die Vereinsfarben waren direkt rot-blau. So sah das Wappen aus. Ihr merkt, noch komplett anders als heute. Finanziell war man unabhängig. Egal ob Tore oder Bälle, die Mitglieder packten an und zahlten alles selbst. Es gab dann auch schon erste Erfolge. 1920 wurde man Meister der A-Klasse und durfte so in der damals höchsten Liga antreten. Dazu gewann der FC Oerdingen einige Jahre später den Preußenpokal. So, Anfang der 50er-Jahre steckte der Verein fest. Es ging nicht vorwärts und nicht rückwärts. Das Ligensystem wurde komplett umgestellt und das nötige Geld fehlte, um in einer höheren Liga zu spielen. Die Lösung? Eine Fusion. Der Bayer-Konzern kam nach Krefeld. Viele Spieler arbeiteten dort im Werk. So entstand eine Idee. Wie wäre es, ein Werksklub zu werden? Der Vorteil war, dass sich der Verein damals schon breit aufstellte. Es gab nicht nur Fußball, sondern auch Leichtathletik und Tennis. Für Bayer war das natürlich attraktiv. Am 17. Oktober 1953 startete das neue Kapitel. Ab da hieß der Klub FC Bayer 05 Oerdingen. Alles wurde professioneller. Der Verein stand finanziell auf soliden Beinen und wuchs rasant. Viele Arbeiter des Werks traten nämlich bei. Im Fußball kam auch der sportliche Erfolg. Paul Hufnagel spielte da eine ganz entscheidende Rolle. Erst als Trainer und dann als Manager. Er kümmerte sich um den Aufbau und schaffte es, aus einem Amateur einen Profiklub zu machen. In der Zeit legte Bayer Oerdingen einige Aufstiege hin. Erst in die Verbandsliga Niederrhein und dann in die Regionalliga West. 1974 war der Klub dazu Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga Nord. Das alles wäre ohne die Bayer AG, beziehungsweise diese Finanzspritze, nicht möglich gewesen. Kommen wir zum Konzept des Vereins. Der FC Bayer 05 Oerdingen war so ein typischer Werksklub. Sogar der erste, der jemals in der ersten Bundesliga spielte. Mehr Tradition geht nicht, oder? Aber man hatte den Ruf als graue Maus und bekam die nie so richtig weg. Die Strahlkraft fehlte. Das lag zum Teil auch an der Ausrichtung. Auf zwei Säulen baute der Klub. Erstens, Amateure. Bayer wollte, dass die Spieler noch halbtags im Werk arbeiten. Für Stars war das natürlich nicht attraktiv. Deshalb kamen zu Bayer Oerdingen Spieler von kleinen Vereinen oder Reservisten. Friedhelm Funkel kannte damals noch keiner. Als 19-Jähriger wechselte er nach Krefeld und entwickelte sich zu einem torgefährlichen Mittelfeldspieler. Also, der Klub zahlte keine hohen Gehälter, sondern lockte eher mit einer Perspektive nach der Fußballkarriere. So war Bayer Oerdingen eher ein Abstiegskandidat. Eben so eine typische Fahrstuhlmannschaft. Man pendelte zwischen den Ligen. Später lockerte man dann diese Werksregel. Und zweitens, die Jugend. Sehr früh setzte man auf die eigenen Talente. Das war damals bei weitem nicht alltäglich. Sie durften oft bei den Profis mittrainieren, um sich zu zeigen. Dazu gab's extra Sichtungsspiele, um sie intern zu scouten. Frank Kirchhoff konnte sich als 17-Jähriger den Traum erfüllen und feierte sein Profidebüt. Neben ihm gibt's noch zig weitere Namen. Der prominenteste ist Oliver Bierhoff. Auch er trug das Oerdinger Trikot und konnte dort die ersten Schritte machen. Über ihn reden wir gleich noch mal. Also, Bayer Oerdingen war ein großer Außenseiter und trotzdem gab's einige Erfolge. 1985 mischte man den DFB-Pokal auf. Da gibt's ne kuriose Geschichte. Die Fans erfanden angeblich den Ruf, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Als der Klub ins Finale einzog, sagen sie das. Wichtig ist hier zu wissen, zum ersten Mal fand das Finale fest im Olympiastadion Berlin statt. Dort ging's dann gegen den großen FC Bayern. Es war ein heißer Tag, 35 Grad. Auch abends war's noch heiß. Und das spielte Oerdingen in die Karten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Münchner kassierten ne rote Karte. Sie waren in Unterzahl, die Beine wurden schwer. Und das nutzte man aus. 2 zu 1 gewann Bayer Oerdingen. Ne riesige Sensation. Friedhelm Funkel meinte später mal, ohne diesen Platzverweis wäre das wohl nicht möglich gewesen. Der Klub hielt also den goldenen Pott in den Händen. So läutete man die erfolgreichste Zeit der Klubgeschichte ein. Blicken wir mal auf den größten historischen Erfolg. Flutlichtspiele auf der internationalen Bühne sind eh sehr speziell. Bayer Oerdingen durfte im Europapokal der Pokalsieger antreten. 1986 war da ein magischer Abend. Das Wunder von der Grotenburg, beziehungsweise das Jahrhundertspiel. Im Viertelfinale gab's das Duell gegen Dynamo Dresden. BRD gegen DDR politisch eh ne hohe Brisanz. Wir bleiben jetzt aber mal beim Sportlichen. Das Hinspiel in Dresden verlor Bayer 0 zu 2. Es war also ne schwere Aufgabe, das noch zu drehen. Im Rückspiel ging's um alles oder nichts, aber es lief mies. Zur Halbzeit lag man schon 1 zu 3 hinten. Die Sache war für Bayer eigentlich schon gelaufen. Man brauchte fünf Tore, um weiterzukommen. Die Spieler saßen mit hängenden Köpfen in der Kabine, aber es gab tatsächlich noch Hoffnung. Das realisierte da halt noch keiner. Der Torhüter von Dynamo Dresden verletzte sich und musste raus. Für ihn stand plötzlich ein junger, beziehungsweise unerfahrener Keeper zwischen den Pfosten. Jens Ramme. Er wirkte unsicher, hatte einfach keine Spielpraxis und die Abstimmung mit den Verteidigern stimmte nicht. So startete Bayer ne Aufholjagd. Innerhalb von acht Minuten erzielte die Werkself drei Tore und drehte das Spiel. Ab da klappte alles, es hagelte Tore. Der Endstand 7 zu 3. So schaffte es Bayer Oerdingen ins Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger. Auch für die Fans war dieser Abend der Wahnsinn. Das Stadion war in der Halbzeitpause gefühlt schon halbleer. Viele Fans gingen nach Hause, weil sie dachten, ach, das wird eh nix mehr. Im Radio hörten sie dann aber, dass gerade etwas Historisches passiert. Viele strömten zurück zur Grotenburg und kamen eben wieder ins Stadion. Sie feierten dann diesen Sieg. Der Held des Spiels war definitiv Wolfgang Funkel. Er sorgte für die Wende. Unabsichtlich prallte er mit dem Torhüter von Dynamo zusammen, wodurch der sich jedem verletzte. Dazu schoss Funkel insgesamt drei Tore. Zweimal behielt er die Nerven und traf sicher per Strafstoß, dazu einmal aus dem Spiel heraus. Dieser Abend machte ihn unsterblich. Generell waren die Funkel-Brüder, also er und Friedhelm enorm wichtig für den Verein. Dieses magische Flutlichtspiel war der wohl emotionalste Moment der Klubgeschichte. Im Halbfinale traf Bayer Uerdingen dann auf Atletico Madrid und schied aus. So Europapokalabende waren für den Verein eine Ausnahme. Auf der ganz großen Bühne konnte man sich nämlich nie so richtig etablieren. Der Absturz des Klubs hat dann Anfang der 90er Jahre begonnen. Wie gesagt, das Image als graue Maus konnte man nie so richtig ablegen. Das lag halt auch am Bayer-Konzern. Er hatte zwei Werksmannschaften. Zum einen das Prestigeobjekt Bayer Leverkusen. Dort wurde fleißig Geld reingesteckt und Stars aus dem Osten geholt. Man wollte einen Top-Klub haben. Zum anderen eben Bayer Uerdingen, das stiefmütterlich behandelt wurde. Dort floss deutlich weniger Geld rein, heißt es. Die Beziehung zwischen Konzern und Verein bröckelte. Die Fans waren beispielsweise unzufrieden. Sie forderten Gleichbehandlung, aber die bekamen sie nicht. Dazu stellte sich allgemein die Frage, wofür man eigentlich zwei Werksklubs braucht. Das Ende dieser Geschichte. Die Wege trennten sich. 1995 gab es den Cut. Ab da hieß der Verein KFC Uerdingen 05. Also nein, das ist kein Fast-Food-Klub. Ausgeschrieben heißt es nämlich Krefelder Fußball-Klub Uerdingen. Jetzt könnte man sagen, Bayer ist schuld am Absturz beziehungsweise hat den Klub feingelassen. Aber nein, so leicht ist die Sache nicht. Der Konzern hat dem Verein sogar finanzielle Starthilfe gegeben. Für den KFC gab es also einen Neustart in der Bundesliga. Das Ziel, einen Verein schaffen, der die Leute wieder begeistert. Es sollten mehr Fans in die Grotenburg gelockt werden, weil dieses Plastik-Club-Image endlich weg war. Aber man versauerte es. Schuld waren miese Entscheidungen. Die Chefetage war anscheinend mit der neuen Freiheit überfordert. Ein lukrativer Telekom-Deal wurde beispielsweise in den Sand gesetzt. So ging sehr viel Geld durch die Lappen. Dazu kamen noch schlechte Transferentscheidungen. Oliver Bierhoff wollte seine Rückkehr feiern, man lehnte das aber ab. Kurze Zeit später wurde er zum EM-Helden, weil er Deutschland zum EM-Titel schoss. Tja, die KFC-Bosse machten aus diesen guten Bedingungen viel zu wenig die Folge. Im ersten Jahr der Unabhängigkeit stieg man aus der Bundesliga ab und kam nie wieder. Das war der Anfang vom Ende. Der KFC Uerdingen bekam große finanzielle Probleme, stürzte ab und davon konnte man sich bis heute nicht erholen. Im Amateurfußball zu überleben ist sauschwer. Geld fehlt halt an allen Ecken und Enden. Finanzielle Hilfe bekam der KFC Uerdingen immer wieder. Stichwort Investoren. 2008 stand dem Verein das Wasser bis zum Hals und es kam ein Retter. Agisiljaos Kukudialos, oder kurz Lakis. Ein Immobilienunternehmer, der nach einem Hobby suchte. Das sagt er mal selbst. Sein Ziel war es, einen Verein umzubauen und bis in die dritte Liga zu führen. Da gab es dann auch eine kuriose Geschichte. 2013, am letzten Oberligaspieltag, wurde Lakis eingewechselt. Er durfte sogar einen Strafstoß schießen und versemmelte. Mitte 40 Jahre alt war er damals. So wurde er zum ältesten KFC-Spieler der Geschichte. Am Ende muss man sagen, sein Ziel erreichte er nicht. Uerdingen kam maximal bis in die vierte Liga. Die Kritik an ihm wurde immer größer. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen trat er dann als Präsident zurück. 2016 übernahm der nächste Investor. Michal Ponomarew. Er ist aus der Energiebranche. Mit ihm lief es sportlich besser. Der KFC schafft es tatsächlich bis in die dritte Liga. Dort präsentierte man sich dann aber als Chaos-Club. Eine Sprachnachricht von Manuel Konrad wurde geleakt. Da erzählte er, wie der Investor in der Kabine nach einer Niederlage ausrastete. Als geisteskrank bezeichnete er das. Und hätte Ponomarew ein Messer gehabt, hätte er alle gemetzelt. Ja, das sagte Konrad. Dazu gab es immer wieder Geldprobleme. Gehälter und Prämien wurden den Spielern zu spät bezahlt. Aussortierte Spieler bekamen plötzlich gar kein Geld mehr. Deshalb ging es sogar vors Gericht. Auch die Stadionmiete wurde nur sporadisch überwiesen. Deshalb bekam man in Düsseldorf Hausverbot. Der KFC wirtschaftete katastrophal. Knapp 10 Millionen Euro betragen die Schulden. Die Folge, eine Insolvenz und der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Michael Ponomarew hinterließ viel verbrannte Erde. Er ist mittlerweile weg. Jetzt steht der Klub ohne Investor da. Und nach dieser Horrorgeschichte ist das vielleicht auch gut so. Für mich ist der KFC Oerdingen das perfekte Beispiel, wie riskant es ist, einen Investor zu haben. Man ist einfach sehr abhängig. Klar, eine Finanzspritze kann helfen, aber das alleine reicht nicht, um Erfolg zu haben. Das Wichtigste ist ein sportliches Konzept. In den 70er und 80er Jahren gab es das. Deshalb feierte man mit Bayer die ganzen Erfolge. Das war die beste Phase der Klubgeschichte. Aber zuletzt fehlte genau das. Von außen wirkte es so, als ob Geld blind ausgegeben wurde. In der Larkis-Ära wurden Allstars geholt, um einen Bass zu erzeugen. Der Kugelblitz Ailton kam, aber gute Leistungen zeigte er kaum, nur vier Tore schauser im KFC-Trikot. Bei Mo Itri-Sou sah es ähnlich aus, da gab es sogar Ärger wegen seines Verhaltens. Ja, diese Transfers sorgten für Schlagzeilen, es sah aber nur wie ein PR-Gag aus. In Apono Mareffera ging es ähnlich weiter. Es wurden große Namen verpflichtet, aber die Wahrheit lag halt auf dem Platz. Da konnten sie oft nicht überzeugen. Bei Kevin Großkreutz gab es vom Investor den Vorwurf, seine Fitness sei nicht gut, deshalb wurde er auch aussortiert. Bei Jan Kirchhoff war es richtig bitter. Er war viel verletzt und beendete dann seine Karriere. Da gibt es noch einige weitere Beispiele. Der KFC hatte zwei Saisons in Folge, jeweils den ältesten Kader der dritten Liga. Es wurde viel Geld reingepumpt, um möglichst schnell Erfolg zu haben und weiter aufzusteigen. Aber nachhaltig war das nicht und es funktionierte auch nicht. Das sorgte eben für diese chaotischen Zustände. Tradition oder Kommerz, das zu beantworten ist gar nicht mal so leicht. Ganz früher war der Verein unabhängig und fuhr erste Erfolge ein. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Daran könnte der KFC jetzt anknüpfen. Man ist wieder frei beziehungsweise kann einen Neustart hinlegen, ohne einen Sonnenkönig. Das ist bitter nötig. Wichtig ist, Leute mit Herzblut zu finden, die helfen, dann kann der Verein wieder leben. Dann aber auch zunächst im Amateurfußball. Passend dazu gibt es jetzt noch das Tradition- oder Kommerz-Video über Bayer Leverkusen. Da habe ich mal den anderen Werksklub unter die Lupe genommen. Hier ist das Video verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich Gut Kick, haut rein und ciao.